Welche Temperatur passt zu welcher Wäsche? Das ist die grosse Frage. Eine Wäschmaschine wascht zwischen 20 und 95 Grad. Also bei 20, das ist wie eine Handwäsche, brauche ich eher selten. Bei 30 Grad kommen meine feinen Textilien, das sind Siden- oder Kaschmierteile oder auch Sportartikel. Dann gehe ich weiter, meistens T-Shirts etc. sind zu 40 Grad. Also ich kann mich noch erinnern, als mein Sohn bei mir gewohnt hat, ist 95 sehr oft zum Einsatz gekommen. Aber eben 95, meistens Bämwolle, das heisst Tüchli, Küchentüchli, Frottee oder Bettwäsche. Denen zwischendurch mal ein wenig Wutzigen schadet nicht. Längst du durch die Dächtung. Ich bin für die Dächtung. Untertitelung des ZDF, 2020